moin leute was geht ab euer holyghost wieder am start mit pokémon stadion 2 wie ihr gesehen habt bei partake sind wir super duper durchgekommen einfach chilemille rattert durch gerattert wie sonst was wir haben zwei continuous das heißt wir stehen auf der sicheren seite und ich will diese kontinuieres mitnehmen bis ins finale weil es immer schwieriger und jetzt sind wir auf battle 4 ich bin gespannt was für pokémon er hat er hat psycho pokémon elektro pokémon ok nice ich würde sagen wir nehmen relaxo mit wir nehmen dragonier mit und wir nehmen a la kasam mit das passt so mal gucken wie wir heute durchkommen das wäre nice und wieder durchflutschen wie die letzten male das war richtig geil die part 6 das hat ja nicht da haben wir alles weggefegt das war richtig nice so dass sie wieder was spannend weil die psychopokommern sind nicht so ohne so wir haben relaxo mal gucken also headbutt fire punch defense curl und kürz ich würde sagen wir nehmen fire punch und geben dem bitteres ok das ist die attacke von apollo und das heißt ich bekomme ein fluch und somit verliere ich ein paar leben ich weiß nicht wie viele leben jetzt genau aber er zieht sich halt die hälfte des lebens ab um diesen fluch zu setzen gut ist eine taktik aber in dem fall war das schlecht weil er hat sich extrem viel und wir haben ja auch noch abgezogen überleben aber werden wir haben und schuldig ist das heißt wenn ich jetzt noch mal verbrechen habe ich greife ja sowieso an weiß nicht vielleicht reicht es ja es hat recht wie sie wie sie sehr schön abholen ist an der stelle weg wir haben noch drei punkte haben noch zwei pokémon so was kommt als nächstes elektrom oder wie heißt die zweite entwicklung ich weiß es nicht genau ähm mal gucken mit headbutt ich nehm headbutt bin gespannt was es abzieht oh screech oh das tut weh das tut weh ich hatte mich Kopfhörer auf er hat das kann also leute wenn ihr wenn jetzt grüß noch mal kommt sie geht den volume runter weil das tat gar nicht richtig weh in den ohren holy moly halte schwebe okay headbutt noch mal aufpassen für die ohren halleluja halte halte ja jetzt werde ich wahrscheinlich sterben durch den fluch weil meine defense zweimal hier runtergesetzt wurde ach scheiße man oh wir haben durchgehalten sehr schön wir haben durchgehalten so dann nochmal headbutt sonic boom oh das doch der hält das aus der oh da wackelt die Wampe Leute hohoho nice ich liebe dieses pokémon das ist so mein Lieblings pokémon im pokémon ah keine ahnung es ist einfach dieses pokémon was schläft die ganze Zeit und was frisst die ganze Zeit und wie er schläft das ist so genau wie ich okay ist so okay ein elektro pokémon ich würde sagen wir wechseln das pokémon auf auch da warum nicht tragen weil schlecht zu besuchen versuchen den dritten hier rauszuhauen ich glaube nicht dass im Hintergrund noch geht wieso wie im Pokémon wenn man rumläuft und vergiftet ist dann wackelt immer da so der Bildschirm und dann zieht das trotzdem aber ich denke nicht dass das hier passieren wird das ja ich bin durchgehalten Dragonia so gefällst du mir so auf den was nehmen wir dann wenn wir ne feierblast ja komm ich versuch mal feierblast könnte vielleicht viel abziehen oder auch nicht wir sind gespannt und ja 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 das das war super ja er paralysiert mich nicht so schlimm wir nehmen nochmal fireblast oh iron tail okay ich finde die animationen von dem spieler auch richtig nice das passt wirklich auch bei iron tail haben wir ja gesehen er setzt sich in das stahl dingens und haut dann ab und dann sind wir noch so dieses scratch der durch den Bildschirm geht richtig nice und wir haben gerade unsere attacke verfehlt schade dann nehmen wir mal dragon breath hoffentlich hält er das aus dann sieht man nochmal den scratch durch den Bildschirm sehr schön okay wir halten das aus komm dragon breath hau weg die kacke dann haben wir so dritten kündchen das wäre nice oh schade ähm ich riskiere jetzt und jetzt werden wir noch mal einen wechseln nicht das Pokémon das wird spannend hier halte durch halte durch ach schade wir hätten das gut ach das war wieder strategisch dumm gewesen ach schade das heißt der dritte continue ist leider nicht klar schade 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 egal weiter geht's mit aller gesamten wir nehmen sei lieben ok und dürfen wir anfangen ja wir dürfen wir anfangen das heißt ich glaube das ist gegessen das Spiel hier die wir haben wir haben in der Tasche der vierte er wäre jetzt noch super angekommen gerade egal wir haben gewonnen das hauptsache dass das war unser ziel das heißt wir gehen direkt ins bettel nummer fünf da ist aber der vierte orden richtig schön ja das heißt wir gehen direkt weiter in die in das fünfte bettel tschuldigung ich habe mich gerade versprochen nicht so schön oder das ist ja nicht die schwester von misty wenn ihr die pokémon folgen die ersten folgen gesehen habt sieht man die in der ja alles genau so heißt die alissa dann sieht man die auch bei wenn es zur misty in die battle arena eingeht da sieht man die ok das heißt wasser pokémon das heißt wir nehmen dieser flor und alle kasamen glurak weil sie hat auch pflanzen pokémon und halt dieses warte wir haben halt korsola kurs hier seht ihr ja bei korsoldi bei ihr bei a das ist ein wasser elektro pokémon glaube ich sogar dann würde ich aber sagen wir nehmen haben wir schon alle zusammen mitgenommen ja haben wir schon mit genommen 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 auf geht ab 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 haben wir alle zusammen fast vergessen mann mann Mittag alles klar wir nehmen es sei die und wieder anfangen ich da anfangen kommen sie bitte viel ab Rundschild und die Prozent 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 auch gut die Böse habt ihr das gesehen habt ihr die hat sich ein Leuchtturm wir nehmen genauer oder das ist ein Köln für uns die Zeit dann weiß ich nicht aber der Anfang fangen die sehr schön, ja, Meditation erstmal und ja, uh, die Attacke hat gemisst, das ist ja noch geiler, wir haben kein Leben verloren, das ist geil, okay, dann nehmen wir jetzt Psybeam, bin gespannt, wie viel es bei ihm abziehen wird, und, uh, mehr als die Hälfte, ja, sehr schön, oh, sind wir schon hinten, oh, 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 aller Gesamt ist genervt, erstmal hingeflogen, wieder zur Position, ei, nice, okay, jetzt hauen wir den aber weg, nein, er überlebt, man, oh, ancient power, auch heiß, nice, okay, unser erstes Pokémon ist weg an der Stelle, schade, nicht so schlimm, wir haben noch zwei, das heißt, Brüder continue, ist wieder nicht drin, schade, egal, so, schade, um den Glurak oder Pflanzen, ich würde sagen, wenn den Glurak, ich habe gerade gesehen, dass dieser Floor nur die Giga-Drain hat, also, Absauber, mega Absauber, glaube ich, ja, oh, da kommt die Future-Site und Weg ist ja, 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 weil sehr schön, sehr schön, wir brauchen nicht mal eine Attacke dafür, so, das heißt, ein Pokémon noch auf ihrer Seite und wir haben noch zwei Pokémon, das sieht sehr gut aus, ich hoffe, das wird auch so bleiben, okay, also Poison, also Gift und Blood-Pokémon, das heißt, wir nehmen Firepunch, und wir dürfen anfangen, geil, hau weg, hoffentlich One-Hit, oh, das sieht sehr gut aus, und, oh, what, alter, ein Leben, Swagger, look at that, Swagger, ha, geil, alter, egal, wir nehmen jetzt mal was anderes, was haben wir noch hier so, ja, hier, Wing Attack, das will ich auch mal sehen, das habe ich auch noch nicht gesehen, oh, ich bin confused, oh, nein, jetzt geht das wieder los, ach, Glurak, man, das kannst du mir noch nicht ahnen, oh, Mega-Drain, hoffentlich ziehe ich nicht so viel ab, oh, alles klar, das hat vielleicht zwei Leben, ja, zwei Leben abgezogen, easy, easy, jetzt mach dein Wing Attack und beende das Battle, oh, schon wieder, das kann doch nicht sein, verlieren wir jetzt wegen sowas, oder was? jetzt macht euch ja wieder ein Mega-Drain, wow, diesmal ist ein Leben abgezogen, also ein Leben zu ihm dazu, jetzt bitte macht doch mal die Wing Attack, ich will die von dir sehen, hau raus, Glurak, oh, mein Gott, nein, ey, man, was ist das, willst du mich verarschen, Glurak, willst du mich verarschen, Alter, ist das dein Ernst, ich will jetzt deine Wing Attack ziehen, wenn du jetzt stirbst, ah, geht doch, oh, nice, wow, das sah sehr schön aus, so, fünftes Battle, gewonnen, ja, nice, sehr schön, das, also, ja, okay, jetzt zum Schluss hat es mich ein bisschen genervt, wenn Glurak da die ganze Zeit die Wing Attack nicht rausgehauen hat, aber egal, wir haben gewonnen, wir haben den fünften Badge in der Tasche, da ist der fünfte Rode, sehr schön, das heißt, wir haben noch drei Battles, zum weitergehen, aber hier machen wir wieder einen Cut, das war Part 7, Pokémon Stadium 2, ich bin raus, wir sind...